So, endlich habe ich es mir auch mal gekauft, Rackfest, Karriere, Mehrspieler, Benutzer, definiertes Event, nicht wirklich, nein, nein, es gibt es denn hier noch Schönes, Erfahrung Null, Level Null, Okay, wuh, was ist das denn, hier gibt es ja so viel, Demolition Racing, was ist das, bei diesem Wochenende kannst du zeigen, was kann es, drei Läufe, mit der selben Rennstrecke, was ist das, wo alles erlaubt ist, ich liebe es, Also, die Mucke ist schon mal ganz geil, aber ich will sie mal, ich muss sie mal irgendwo ausschalten, nein, ich kann sie nicht ausschalten, warum, warum, wo, wo sind denn die Einstellungen, Hilfe, Einstellungen, Einstellungen, ich habe keine Ahnung, wo die verfickten, verdammten Einstellungen sind, verschiedenes, Einstellungen, Okay, Bildschirmauflösung haben wir, Audio, ich muss mal das Audio ausmachen, die Musik geht mir ein bisschen auf den Sack, so, zack, So, weiter geht's, jetzt können wir auch mal ein Rennchen formen, So, gibt's hier auch irgendwas, wo ich einfach nur, Head to Head, das ist leider noch gesperrt, Was ist das, es ist Zeit für die Landwirtschaft, ne, das ist eigentlich, logisch, mit einem Rasenmäher, alter geil, Ich muss da mit einem Rasenmäher demonstrieren, das machen wir, verdammt, ich habe noch gar nicht geguckt, wo meine, Wie die Tastenbelegung ist, Ich hoffe ja eigentlich auf W.A.S.D. Bitte. Welcome to Seffield Grass Arena. Oh ja. Oh, jetzt kann ich noch mal. Hilfen, was haben wir hier? Starten, Schwierigkeit, Schaltung, Automatik, passt schon, Tunen kann ich auch noch. Tunen ist für dieses, Ah, ich starte das einfach, ist egal. Bam. Achso, es ist nicht W.A.S.D. Ja, Baby. Ja. Oh ja. Oh ja, komm her. Komm zu, Papa. Oh ja, komm her. Oh ja, komm her, kommt aus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Na komm doch mal her hier, was soll denn das? Oh mein Gott, nein! Komm her! Aber manchmal lief es super geil und jetzt? Oh ja, gut bei! Komm her! Ja, gut bei! Ja, gut bei! Ja, gut bei! Ja, gut bei! Komm weg hier! Ja Baby! Ja Baby! Den pinken Alter, die pinken Lady, die will ich! Na komm! Nein! Komm schon! Das ist kein Dachsentscheid! Ja Baby! Ich kann's fliegen! Linkes Vorderrad locker? Warum? Oh Alter, so fährt er sich aus! Komm schon! Komm schon Baby! Ja Baby! Damn, Junge! Verdammt! I tell you not! Leid man nicht so gassig! Da holen wir ihn auf! Ja, jetzt verdet er sich ein bisschen hin und her! Dann geht es Vorderrad Yahoo! Lach kaum! Yeah Baby! Ziel demolieren, von dir demoliert, yes. Weiter geht's. Enter bitte. Level 2. Sport Air Filter freigeschaltet. Sport Cooling freigeschaltet. Driver Cage freigeschaltet. Oh, jetzt habe ich schon ein komisches Ding. Das müsste ich eigentlich noch mal probieren, ne? Jetzt habe ich da so einen komischen Rampenböcker da rein. Glückwunsch. Fortsetzen bitte. Ich drücke Enter. Die ganze Zeit. Enter. Enter. Hallo. So. Du hast die hierüber jetzt abgeschlossen. Fortschritte zurücksitzen und der Nordwand teilnehmen. Okay, dann lieber nicht. Banger Derby. Das wäre auch noch ziemlich. Okay, dann nehmen wir erstmal das. Da haben wir unsere 200 Punkte. Klasse D. Region. Alles fertig. Dann nehmen wir das. Demolition. Die werden starten. So, mal gucken, ob ich mein Auto auch gleich tunen kann. Das wäre natürlich richtig cool. Aber da werde ich eh verkacken. Da werde ich eh verkacken. Was wir erster werden, davon brauche ich gar nicht träumen. Ich bin in der Autobahn ziemlich scheiße. Lalalala. Ich liebe es. So, dann wollen wir mal gucken. Ich bin in der Autobahn. Durch Panzer-Upgrades kann dein Wagen mehr einstecken. Ja, wirklich. Das zusätzliche Gewicht aber auch langsamer. Naja. Was habe ich denn für eine Burke? Welcome to Midwest Motor Center. Halbschleife. So, das habe ich. Was kann ich denn hier an... Kann ich hier auch schon tunen oder was? Federung. Nein, was habe ich getan? Okay, das mit dem Tunen ist so irgendwie nischt gerade. Lass mindestens drei Gegner ausdrehen. Na, das wird ein Spaß. Der Sound ist auf jeden Fall schon mal cool. Oh Gott, Alter. Oh Gott, was habe ich getan? Alter, was willst du denn von mir? Also wir gehen, weiter. Ich bin in Beih- PRESCHTUN. Ja, ich bin in Beih-Westfelschleife. Ich bin in Beih-Westfelschleife. Oh Gott. Das ist dein Schlefen. Das ist das schweig auf. Das ist das Ganze. Ich bin in Beih-Westfelschleife. Oh Gott, das war. Und das ist ja, ich bin in Beih-Westfelschleife. Und das ist das schweig, was ich wird für zwei Schlefen. Also, das ist das wichtig. Das ist nicht so geil. Also, das mit dem Ausdrehen lassen wird, glaube ich, nichts, weil ich freue mich, wenn ich irgendwie das Rennen hier überstehe. Komm schon, komm schon, komm schon, Baby, mach Druck, als schaffst du nur dran zu bleiben, mehr nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum? Komm schon, komm schon, lass mich auch nicht da mal vorbei, Alter, ich bin wirklich das 5. aber auch das Thema. Okay, er hat mich einfach mal selber gedreht. Schade, ich komme einfach nicht mehr vorbei an dem Rennen. Komm schon! Okay, auch okay, auch okay, 4.30, reicht. Ich hoffe, dass ich eigentlich Autorennen überhaupt nicht kann. Die Credits waren jetzt auch nicht so mega stark, um ehrlich zu sein. Fortsetzen! 670 Credits! Fortsetzen! Fortsetzen! Ach Gott, ich liebe es. Das Spiel macht Spaß. Ich kann sogar ein bisschen. Nächstes Event. Geborener Demolierer. Okay, das nächste Event starte ich gleich. Bis dann.